Hallihanno meine Lieben, wir fahren jetzt zu einem ganz guten Freund von uns und der Koch bekocht uns mit Mama. Und ich nehme euch einfach mal mit und mache ein paar Fotos davon, weil das ist super, was wer alles macht. Achso, und was ich noch ganz kurz, wir sind jetzt gerade an der Tanke, deswegen ist hier so viel Licht und die ganzen Leute schauen, warum meine Stimme so ist, ich bin ziemlich krank, deswegen ja. Bis zum nächsten Mal. Schmeckt's? Bye-bye auf dem Tor. Bye-bye. 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 Bis zum nächsten Mal.